Wir sind an Bord der Oyster 825 Decksalon. Es ist das Kronjuwel der Bootsmesse in Düsseldorf und auch das neueste Modell von Oyster. Ein Rob Humphreys Design mit modernen Linien und unendlich viel Platz bzw. modernster Technologie. Das gigantisch große Vordeck dieser Yacht ist mit wunderschönem Teak ausgelegt und hat bündig abschließende Lucken. Hinter mir sind die Salonfenster, die elektrisch betrieben werden. Wir befinden uns im Decksalon der Oyster. Der ist sehr hell und sehr luftig. Es gibt ihn aber auch in einer Raised Salon Version mit höherem Cockpit Boden und mit noch mehr Kopffreiheit. Wir befinden uns in der Schiffsküche der Oyster 825 einem fantastischen Blauwasser Cruiser für Leute, die das nötige Kleingeld haben.